Wissen sie wirklich mit wem sie Geschäfte machen? Herr Kaufmann lernt auf einer internationalen Messe einen potenziellen Neukunden kennen. Aber kann er dem neuen Kontakt und dessen Unternehmen wirklich vertrauen? Herr Kaufmann nutzt zur Entscheidungsfindung D&B Onboard. Er hat damit direkten Zugang zur weltweit größten Online-Wirtschaftsdatenbank. Hier ist auch das gesuchte Unternehmen schnell gefunden und dank der DANS-Nummer genau identifiziert, so eindeutig wie mit einem Fingerabdruck. Adresse, Rechtsform, Unternehmenshistorie, alles sieht soweit gut aus. Aber wer steht hinter dem Unternehmen? Herr Kaufmann fragt die Eigentumsverhältnisse ab und D&B Onboard liefert ihm eine Übersicht der Funktionsträger, Anteilseigner und wirtschaftlich berechtigten Personen. Weltweit. Dass die Holdinggesellschaft ihren Sitz im Nahen Osten hat, macht ihn skeptisch. Gab es da nicht erst vor kurzem einen Korruptionsskandal? Er schaut nun lieber noch genauer hin und führt einen Abgleich gegen Sanktionslisten und Listen politisch exponierter Personen durch. Damit stellt er sicher, dass keine zweifelhaften Verbindungen oder Verstöße bekannt sind. Wurde zu den betreffenden Personen oder Unternehmen etwas in den Medien berichtet, lässt sich das ebenfalls ermitteln. Herr Kaufmann kann aber auch hier nichts Nachteiliges finden. D&B Onboard bietet ihm noch eine weitere wertvolle Entscheidungshilfe. Eine Risikobewertung des Unternehmens. Auch diese ist im grünen Bereich. Die gesamten Ergebnisse und den Prüfungspfad kann Herr Kaufmann revisionssicher in seinem Archiv dokumentieren. Einem Geschäft steht nun nichts mehr im Weg. Herr Kaufmann kann den Auftrag unterzeichnen und seine Firma schnell Profit generieren. Machen Sie es wie Herr Kaufmann. Vertrauen Sie auf Informationen aus einer zuverlässigen Quelle und behalten Sie Risiken jederzeit im Blick. Mit D&B Onboard, einer Compliance-Lösung von BizNote. Informieren Sie sich jetzt.